So, wir machen jetzt weiter mit Gohan. Also die Gohan-Story sollte jetzt aber auch nicht allzu lang sein. Also die Gohan. So, wir trainieren jetzt sowieso erst mal wahrscheinlich mit Gohan. So. So, gohan. Hey, Goten. How about some sparring with your big brother? You know what sparring is? Yeah, Mom showed me all about it while you were studying. Come on. How about some sparring with Gohan? Wow. Wow. You are so strong. I didn't stand a chance. You're incredible too, Goten. I had no idea you were quite this good. If you keep on training hard, you might be able to enter the World Tournament too. Oh. Gut. Gut. Come on. Na, just hold on. Die mache ich doch gerne, 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 gerne platt. Good. Way to go. Uh-oh. Du hast einige Bewegungen, aber du wirst noch nicht mit meinem Vater verletzt. Aber Delle ist noch nicht sicher, dass sie schon viel stärker ist als ihr Vater. Bis zum nächsten Mal. 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 he hat das gar nicht gesagt er hat gesagt no i wanna kill you Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! I won't allow anyone to be stronger than me! I need those kids! That Piccolo too! Was? Der Kampf wird einfach übersprungen? Gegen, äh... Gegen Bu-Tanks? ...in absorbing Piccolo and Go-Tex, giving him the upper hand again! Gohan is faced with the greatest danger to his life yet! Who can save him now? So, so haben wir es auch mit Gohan durch! ... ... ... ...